Herzlich Willkommen in der Gärtnerei Kissing in Lüdenscheid. Wir als geprüfter Fachbetrieb sind sowohl Ihr Ansprechpartner rund um den Bereich der Grab- und Blumenpflege, als auch bei der Gestaltung Ihres Gartens. Seit der Gründungszeit im Jahr 1956 ist viel geschehen. Neben dem Bau von weiteren Gewächshäusern verkaufen wir auf dem Lüdenscheider Wochenmarkt unsere große Anzahl an Beet- und Balkonpflanzen, die wir in unserer Gärtnerei zum Teil noch selbst züchten. Der Hauptbetriebsteil befindet sich in der Dienstleistung der Grabpflege und Grabgestaltung. Wir übernehmen die fachgerechte Betreuung und Pflege Ihres Grabes und sind Vertragspartner der Gesellschaft für Dauergrabpflege Westfalen-Lippe-MbH. Unsere Dienstleistung finden Sie auf allen Lüdenscheider Friedhöfen. Auch bei der Gestaltung Ihres Gartens oder der Gartenpflege stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Kommen Sie gern persönlich vorbei. Es freut sich auf Ihren Besuch. Das Team der Gärtnerei Kissing.